wir stehen hier jetzt auf historischem boden vor uns noch die letzten überreste vom ehemaligen berghof die natur hat sich alles zurückgeholt 52 wurde hier alles gesprengt lediglich diese stützmauern sind noch übrig der blick wie damals von adolf seinem berghof ist natürlich nicht mehr nachvollziehbar ansonsten ist hier alles renaturiert und wie gesagt aufgeschüttet und weg zurück